Tag und willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal IMDS Anti-Lag an. Das dürftet ihr sowohl bei uns als auch bei anderen schon ein paar mal gelesen haben, denn das ganze ist ja zum Launch der Radeon 5700 Serie ebenfalls im Treiber implementiert worden und das soll den Input-Lag so ein bisschen verbessern und sowohl in E-Sports-Titeln als auch in normalen Titeln ein bisschen das Spielerlebnis einfach schöner machen, angenehmer machen und einfach weniger laggy. Um mal vorwegzunehmen, wir haben natürlich auch einen Artikel im Heft bzw. auf unserer Seite, wo wir nochmal alles detailliert erklärt haben und auch nochmal detaillierte Benchmarks haben, falls euch das jetzt so schnell ging zum Beispiel. Da könnt ihr nochmal alles ganz genau sehen, aber wir fangen jetzt mal hiermit an und ich erkläre euch erstmal wie das funktioniert, denn wir haben natürlich, wie wir es alle kennen von Maustastatur bzw. von der Person, die die Eingabe eben durchführt, bis zur Ausgabe vom Bildschirm eine gewisse Latenz und das ganze durchläuft verschiedene Komponenten, verschiedene Stationen. Das heißt, wir haben erstmal die USB-Komponente, also von Maustastatur auf USB. Da ist zum Beispiel die Polling-Rate von USB ein Faktor, der zum Beispiel von Mäusen auch verbessert werden kann, wenn man zum Beispiel die Polling-Rate einstellen kann auf 500 Hz oder 1000 Hz zum Beispiel sogar. Und dann haben wir nochmal einen weiteren Faktor. Natürlich, wenn das Signal an den Bildschirm ankommt, muss es nochmal durch den Scaler und an das Panel dran. Das sind auch nochmal der Input-Lag vom Monitor. Das kennen wir auch aus unseren Monitor-Set-Tests zum Beispiel. Und dazwischen gibt es natürlich noch das System selbst, denn wir haben hier natürlich im Treiber, wo natürlich auch noch gewisse Sachen berechnet werden oder eben ausgegeben werden müssen. Und genau hier setzt Anti-Lag an. Das Ganze soll Prozesse priorisieren bzw. optimieren. Das kann man sich ähnlich vorstellen, wie wenn ihr in Windows im Task Manager ein Prozess rechtsklick anklickt und dann die Priorität auf hochsetzt. Und genau sowas passiert da nämlich auch. Und das soll einen Effekt haben, der das Ganze so ein bisschen angenehmer gestalten soll. Genug aber der Theorie. Wir haben mit dem Tool OCAD in unserem Artikel messen können, dass diese Latenz, die Treiber-Latenz selbst, das heißt, wenn der Treiber irgendwelche Einstellungen durchführt oder einfach das Signal weitergeben muss, dass sich das schon mal deutlich reduziert hat. Teilweise bis zu 20-30 Prozent. Und das ist durchaus gut, vor allem für eSports-Titel bzw. wenn ihr z.B. relativ wenig FPS habt. Wenn ihr z.B. eine APU habt, die das Spiel nicht ganz so gut darstellen kann und dann quasi nur 30-40 FPS habt, dann könnt ihr damit einiges rausholen und das Spielerlebnis so deutlich angenehmer gestalten. Ihr kennt das, wenn ihr z.B. längere Zeit auf einem schnellen Rechner gespielt habt, wollt mal einen Exklusiv-Titel, den es nur auf der Konsole gibt. Mal wieder spielen. Und ihr geht da ran und der Titel läuft nur mit 30 FPS. Ja, das fühlt sich dann alles andere als gut an. Und ja, das liegt einfach daran, dass der Input-Lag da relativ hoch ist. Das Gleiche habt ihr natürlich am PC auch. Und genau hier wird ebenfalls angesetzt. Wir haben das Ganze getestet mit 30, 45 und 60 FPS. Und wir haben teilweise Unterschiede von 20-30 Millisekunden feststellen können. Also allein, wenn ihr die Maus bewegt, zu dem Zeitpunkt, wenn sich auf dem Bildschirm was bewegt. Also genau deswegen fühlt sich das Ganze auch so schwammig an und da kann man das ein bisschen, ja, diesen Effekt so ein bisschen vermindern. Und dann kann man das auch mit 30 FPS spielen. Und man muss nicht 60 FPS und mehr haben, damit das einigermaßen spielbar wird, sondern es geht auch weniger. Wie gesagt, das ist vor allem für die Leute interessant, die viel Wert auf Details legen, viel Wert auf schöne Optik und vielleicht nicht so starke Hardware haben. Und ja, da wird das auf jeden Fall sehr interessant. Das Ganze funktioniert aber auch bei hohen FPS-Zahlen. Da ist der Unterschied allerdings nur minimal. Wir haben nur wenige Millisekunden Unterschied gehabt, aber für einen Pro-Gamer kann das schon einen Unterschied bedeuten. Wir haben hier zum Beispiel als Testsystem eine RX 590 oder eine 5700 ohne XT, die wir hier haben, schon mal aufgebaut hier, mit einem Ryzen 7 2700X und das Ganze auf einem 144-Hertig-Display, ein MG 279Q, damit wir auch, ja, das so ein bisschen über 60 FPS zeigen können, ob da sich was tut. Und teilweise, ja, wir konnten sehen, dass sich was tut. Wir haben, je nachdem, wie viele FPS es sind, teilweise sogar in hohen FPS-Zahlen 10 Millisekunden Unterschied gemessen. Das hängt natürlich auch mal vom Spiel ab oder, wie gesagt, eben von dem Detailgrad und dann den FPS-Zahlen. Natürlich ist es, je höher ihr geht, das heißt, wenn ihr jetzt einen 240-Hertz-Monitor habt, dann würdet ihr wahrscheinlich kaum einen Unterschied spüren. Und ich glaube, selbst ein Pro-Gamer ist da so ein bisschen an Sachen Limit angekommen. Aber ich meine, es kostet an Leistungen nichts. Das heißt, ihr habt auch, wenn ihr das aktiviert und deaktiviert, die gleiche Performance, da ändert sich nichts. Auch bildtechnisch von der Optik verändert sich nichts. Das heißt, es kostet euch nichts, das einzuschalten. Und wenn ihr eine AMD-Karte sowieso habt, dann könnt ihr das auch anlassen und ihr habt da keinen Verlust, wenn ihr es zum Beispiel anstellt. Anders als wenn ihr jetzt zum Beispiel Fausting ein- oder ausschaltet. Wobei das wieder eine ganz andere Geschichte sein kann, denn das kann auch einen negativen Effekt haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen und ihr habt so ein bisschen mitbekommen, was ich denn genau wollte oder was ich erklären wollte. Und konntet auch sehen, dass es auf jeden Fall was bringen kann. Und das ist vielleicht ein Kaufgrund für eine AMD-Karte oder auch nicht. Das müsst natürlich ihr für euch wissen und macht vielleicht Navi ein bisschen attraktiver, trotz des teilweise relativ hohen Preises, zumindest von manchen Custom-Karten. Gut, es gibt auch schon Referenzkarten ziemlich günstig und die sind auch deutlich schneller als die Nvidia-Pendants dazu. Das heißt, ja, hier habt ihr nochmal einen Bonuspunkt, warum Navi auf jeden Fall eine Option sein kann. Und ja, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!